Hallöchen! Diesmal habe ich für euch mitgebracht einen Tipp, wie man ganz einfach die Kopfstimme finden kann. Und zwar besonders für die Männerstimmen oder auch tiefere Frauenstimmen, die Probleme haben, überhaupt mal einen Zugang zur Kopfstimme zu finden. Inspiriert habe ich mich dabei lassen von dem koreanisch-amerikanischen Koch Chris Cho, der alle seine Gerichte folgendermaßen vorstellt. Und das Coole bei ihm ist, ich habe mal herausgefunden, was das für Töne sind. Das ist nämlich in der männlichen Kopfstimme, ganz spielerisch durch diesen fröhlichen Ausruf passiert, da ist diese Emotion drin, zwischen F-Sharp-Four, in Deutsch das eingestrichene Fis, und C-Sharp-Five, in Deutsch das zweigestrichene Cis, also alles über dem mittleren C. Vom Vokal her ist das ziemlich einfach, das zu finden. Übrigens klingt seine Sprechstimme, Großstimme ganz normal, die klingt nämlich so. Pimzi. Das ist einfach mal eine coole Idee, uh zu machen, um die Kopfstimme zu finden. Probiert es einfach mal aus, erzählt mir gerne, wie ihr damit zurechtkommt. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Entdecken eurer Stimme.